Du entscheidest, wieviel Kilometer ich schwimme. Du entscheidest, wieviel Kilometer ich gerade fahre. Du entscheidest, wieviel Kilometer ich dann laufe. Mein Name ist Frank Schumann, ich bin Hobbysportler und Triathlet. Und das hier ist jetzt eine kleine Ankündigung, und zwar für meine Challenge in Arno. Oder andersrum, mein Spendentriathlet am 4. Juli 2021. Achja, und hier fange ich an mit Schwimmen. Du spendest und ich mach mich auf die Strecke. Und jeder Spender darf an einer Verlosung für einen Hannover Triathlon 2021 oder des Hannover Marathons 2022 mitmachen. Und an denen geht die Spende? Das Geld geht zu 100% an die Heiner Rusten Stiftung und finanziert damit ganz konkret die Rollstuhlsportgemeinschaft RSG Langenhagen mit einem neuen Projekt. Fit for Handicap Fit for Handicap Also, worauf wartest du noch? Spende was! Gewinne was! Und schick mich auf die Strecke! Sei dabei! Am 4. Juli Anno!